wie gibt denn das denn also das ding hat mich nicht viel gebracht wenn ich mein so ach so ach das gibt jetzt klappt ja jetzt verstehe es ja es gibt ja erfahrungspunkte für jeden getöteten gegner und die anderen im level ok muss ich sagen ich bin weil freund für uns ja die rase hinführt und wie ziemlich schnell geht das eigentlich ja so gibt es 49 volt ja speicherpunkt hallo gegner seid ihr noch da Ja. Ja. Würde ich aber noch. Irgendwie noch geht's. Komisch. Ähm. Die machen wir mal weg, ja. Gibt es etliche Wolzen hier, muss ich sagen. Ja. Nur dadurch, dass die Dinger ja kaputt machen. Okay. Okay. Hoho. So. Okay. Okay. Mich wundert's nur. Die sind ja so schnell weg, immer die Gegner. Wenn ich dran denk, äh, äh, na gut. Wenn ich an den Anfang da, äh, äh, noch denke von der AF Norma. Sind wir doch zu, äh, so, äh, so, sehr, 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 sehr weit. Äh. 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 Die Tränen. Da war alles. Ich dachte, jetzt kommt ein riesiger... Ja. Kommt jetzt hier. Moin. ja nehmen brauchen wir auch ganz ich weiß nicht irgendwie gut er hat sich ein bisschen blöd angestellt am anfang einfach da auf norma das ist schon fast zwei stunden jetzt her verzeihung das war wohl wieder eine vakuum röhre soll ich mal dass sowas gibt es denn heutzutage gar keinen anstand mehr keine sorge ich bin wohl etwas altmodisch in solchen angelegenheiten wusstet ihr dass ich seit der ersten stunde bei gadgettron bin also sie verkaufen diese geräte sie verkaufen sich ganz von selbst wenn du redschert und klang bereits gespielt als ist jede wahl von deiner redschert und klang speicher datei bei diesem automaten kostenlos das ist ja cool ich habe ja bereits schon klang noch gespielt haben die riederzweige ich kann es verkaufen für alle millionen teile kriegt damit den tutzen zerstörer röschen raketen ok ja wie man sieht sind tatsächlich alles kostenlos eben dort ein bisschen kartenpreis angezeigt für die stromklaue auch da aus dem polt soll zu kosten da habe ja ja schon klick als gespielt haben heißt dass wir können jetzt ja ich darf mal alles ja was war das auch der köderhandschuhe die stromklaue und die rieder die müssen wir leider später noch kaufen weil ich habe in der moment noch da noch keine eine millionen polz so so jippie jetzt gucken wir mal wow da hat er ja jetzt mal jetzt durch verfeuert jetzt wahnsinn gut da drüben komm mal klar bin ich noch nicht hin der moment da müssen wir eigentlich hinkommen äh genau da müssen wir hinkommen äh moment ich gehe mal auf die geräte und jetzt bleiben auf den rucksack ok und hopp ja hey wer hat dich hier reingelassen hau ab sonst mache ich eine radkappe aus deinem roboter pass ihn an und du bist hackfleisch oh man kein grund zum schreien warum muss er gleich schreien äh hey man ich kann ihn nicht hören la 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 nur den kleinen hier sir ist schon gut wir zwei sind auch wüstenfahrer echt dann wisst ihr dass ich sensibel bin aber sicher sir wir möchten nur zum rennen na ich leih euch meine bluebell aber seid vorsichtig sie braucht ein paar reparaturen kein problem mein bruder die bluebell ist in guten händen ok die bluebell ist in guten händen naja da haben wir also ihn gefunden den wir gesucht haben und ich guck nochmal verkehrt guck mal hier hin ja und damit haben wir auch das ganze so weit erkundet was er kunden gab ja befreie die gefrorene figur das ist eine der missionen der ripéry aus der scopo der hoberbeid und freie die figur aus dem ass sieht so aus als wurde jemand in einem block aus ass eingefroren vielleicht kannst du ihn mit einem barmen lüftchen aus seinem kalten gefängnis befreien aber ich glaube den wind im haar die sonne auf der haut die fliegen in deinem mund wir sind die wüsten fahrer bevor ich zu den wüsten fahrern kam hatte ich keine freunde ich hatte zweifel an mir selbst mundgeruch und eine schwäche für damen unterwäsche aber diese jungs hier die verstehen mich bin wegen der kuchentheke hier außerdem mache ich auch die süßen handschuhe für die jungs wenn sie das zeug dazu haben können sie mit dieser probemitgliedschaft am härtesten hoverbike rennen der galaxie teilnehmen gewinnen sie und werden sie einer von uns die wüsten fahrer der lieblingsverein der halsabschneider ja das war nochmal das video dazu es ist ein bisschen komischer steuerung dadurch kommt das immer weil ich ja jetzt hier schon seht in der legende unten ist das ende auf der dreiecks das ok wir arbeiten jetzt hier den elektronisator verwenden so und versuchen unser glück jetzt mal so so jawohl 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 ok das ist schön langsam gewesen schau ja also los geht's also x und r 1 und l 2 1 ok waaaaa waaaaa ok ok wow ok Wow, das war ein guter Treffer. Joppa. Okay. Ah! Was war ja, welchen Plätze ich überhaupt bin? Zwei von drei rücken, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Huch! Da vorne fährt einer rum. Ähm, ja. Okay. Ich habe noch eine Waffe, bis jetzt habe ich noch keine einzige Waffe gefunden. Na, wir fahren mal wieder oben nach. Tschüss. Gut. Ja, er hat mich ja nicht so fülle. So. Das heißt, wir brauchen ein bisschen den Rackenschuh schneller. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Okay. Ja. Wie gesagt, Waffen habe ich noch bis jetzt hier noch keine gefunden. Ja, in der Gegend rum stehen. Ach so, du kommst da runter und dann springst du da hoch. Ach so. Äh. Platz neun. Okay. Du hast den neunten Platz. Also es war mal zu langsam gewesen. Ende. Amateurbahn. Habt Kändchen offen. Turbos verfügbar. Preis nichts. 1,2 Siege 0. Schnellste Zeit 2,59. Okay. Tja. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt als Hoverbike-Rennen ja noch siegen müssen. Aber das scheint mir ja fast so zu sein. Äh. Huch. Ja, so nahm geht. Na ja. Ja. Dann wollen wir erstmal wegfäschten hier alles. Okay. Da hinten versteckt sich noch welche. haben wir dann überhaupt noch eine mission für das schiff super wir haben keine mission für das schiff so dann gucken wir mal an die geräte an die waffen das ist eine blitzpistole verfolgerpistole dann haben wir ja die piep siebombenwerfer bombenhandschuhe stromklaue und der köderhandschuhe ok was soll man geräten ist eigentlich auch kein gerät dabei was man effektiv benutzen können ach so da haben wir noch welche liegen lassen haben wir hier noch irgendwas mini effect storm oder im pulsgewehr also haben wir auch hier nichts drin ab was uns da weiter bringt ok mission ach wenn du sogar bei grenzen gewinnt kannst du sicher ein wirklich bei den wüstefahrern werden wenn du sie infiltrierst als du vielleicht eigentlich etwas auf dem momentan auf der ort des diebes ich fasse es doch wohl nicht und den schweißer befürchtet